so hallo leute zur neuen aufnahme black ops 2 und ja ich bin team das match und meine aufgabe ist jetzt den orbital satellites zu erreichen und danach vielleicht auch noch die anderen sachen ja weil ich die heute bis jetzt noch überhaupt nicht erreicht habe weil ich schlecht bin also moment allerdings ist gerade so 1,29 bald habe ich 1,3 msmc ist jetzt die ich habe übrigens die ding moment die mp ist alle auf diamant moment wo ist die pdw die sniper will ich hoffe die manns spielen aber naja es dauert noch ein bisschen hat mir klassen die zu noch mal spiel es mit der klasse hier gleich und ja so man fängt dann endlich mal an hier der beste letzte runde war der hier schon mal das kann man vierer spielt mit fall ich würde heute so ich würde heute nur von leuten mit laser pointer no scope getötet denn nur wirklich nur aus natürlich einmal von der schockladung aber naja und das meistens irgendwie so viel kiss vorm orbital wird man dann plötzlich von so einem typen der um die ecke mit laser pointer rum springt und einen dann mit headshot direkt tötet no scope natürlich naja hier mit zwei claymores und so wenn man andere habe ich hier schon andere da habe ich schon andere hier habe ich alle vorgeschüttet habe ich ja nicht dann markieren bin ich rein machen aber da ich die ja nicht in der klammer drin stehen habe bringt es mir ja nichts so ich nehme gerade übrigens mit dx tory auf schauen mal dass es nicht irgendwie zu komischen lex im video kommt weil das programm nimmt ja irgendwie manchmal so ein bisschen komisch auf aber naja mal schauen ob ich diese runde vielleicht sogar schon orbital reiche aber ich gebe mal eher weniger davon aus alter guck guck dir mal dieses scheiß aim an hier sehr peinlich naja ich erst mal vor der nebengeschüttet so du tötest mich jetzt nicht moment so ja ja ach hier dass ich jetzt hier alles ab gut dann gehen wir mal in die richtung hier haben wir schon drei haben wir schon zwölf oder elf hier schon haben wir schon mal ein drittel so ein drittel haben wir schon mal aber naja was sehr weit entfand alter gefalle schocken und so also also guck sie guck sie in der Mitte seiner also wie schlecht ich einfach hatten sie ab ja ich glaube er ist wieviel der Runde ist heute der dritte oder vierte ja naja das macht ich überhaupt nicht gesehen den Tippen alter bin ich blind oder so sehr verrückt so jetzt aber hallo lass mich in Ruhe ich hab Angst vor dir ja so schön mal mit Blinderer das haben wir auch nicht die Munizie Moment ist alles mit spiel die wir grad schießen irgendwie schon aber dann momentan war grad ein Gegner ja er ist aber irgendwie da oben drin oder so oder soll nicht alter alter dieses aim ne wirklich abartig schlecht aber es reicht alter hab ich schon gedacht ich wär schon wieder tot am Boden da hab ich mich schon tot am Boden liegen sehen aber dann zum Glück ja nochmal in die Rettung alter alter ruck sich einer mal dieses schlechte ey man alter ist ja pein nicht ich irgendwie jedes mal mit dem Gegner zieht sich die ich grad so komisch rum keine ahnung was die grad wieder los ist aber der hat grad die hat er grad die Ding geflasht und damit gut jetzt haben wir wieder irgendwie vier vier Kills am Stücke alter Tja ich verliere den Rest eigentlich so wir haben aber glaub fünf Kills am Stücke oder so bitte nicht mich bitte nicht so jetzt nicht sterben innerhalb der nächsten acht Kills oder so dann hab ich den Orbital aber äh ich werde nicht sterben ich seh es schon kommen von was würde ich natürlich sterben natürlich von einer Schrotflinte Alter dieses Aim ne aber es reicht es reicht warte mal war ein Gegner oben drin alter kannst du angehört wenn du deinen Gegner hinter mir schießen würde war aber ein Mitspieler dann anscheinend zumindest Moment da ist doch was da war doch gar nicht mit was mach ich denn hier die Leiter hier auf irgendwelche Ölfässer hoch oder so ich spring dann davon wieder ab Achtung die Ausrüstung wurde zerstört Moment wo hab ich meine Claimor nochmal hingesetzt das ist also genau da oben in das Haus war dann gehen wir da gleich mal hin direkt mal bis wir rin kommen erfordere ich eine Ersatz Claimor an weil die meine Claimor zerstört haben ich bin gar nicht nett von denen ich muss versuchen immer schöner mit zu bleiben sonst hat man mich so komisch mit dem komischen Hallen da das hört sich an wie wenn ich im Hallen bat ja ha 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 ja Moment da ist ein Gegner der ist tot Scheiße Raketenwerfer Alter wie schlecht nein 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 du tötest mich nicht da oben in dem Fenster Lass mir doch den Kill man Boah Scheiße da kommen wieder zwei immer noch kein Orbiter das ist doch scheiße äh ich mag ein Orbiter haben ja ich äh sollte vielleicht auch mal meine Abschussserien ändern sonst habe ich ja nie irgendwas aber nein das mach ich jetzt nicht ich will den Orbiter erreichen und danach schön meine anderen Serien bei denen ja dann so gut wie sicher sind sofern ich da boah alter irgendwie schlecht äh sofern ich da nicht irgendwie viel zu schlecht bin und noch nicht mal die Gegner tönen kann die ich eigentlich sogar durch die Wand sehen kann durch den Orbiter also wegen der Minimap halt wieder bewaffnet so ja 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 mit der Hand der Killer besser geht's ja kaum so hör mal hör mal wann steigt eigentlich meine insgesamt KD mal auf 1,3 ach genau andere Lobby andere Lobby andere Lobby weil irgendwie habe ich jedes Mal wenn ich in der Lobby drin bleib nach einer Runde habe ich jedes Mal richtig scheiß Verbindung und dann leckt alles rum und sowas richtig blöd obwohl ich eine hunderttausende Seite habe aber wahrscheinlich scheinen dann irgendwelche Leute rein die irgendwie vom anderen Ende der Welt leben und dann haben die keine richtige Verbindung mehr naja läuft doch schon mal ganz gut Nein du tötest mich jetzt nicht bitte 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 Tja sehr gut Alter endlich endlich Alter der schießt da endlich habe ich meine Abschlussserien boah Alter das hat es lang gedauert warte mal blinderer Paket hallo das hört mich jetzt verarschen warum hat der kein blinderer Paket dabei der hatte jetzt aber eins dabei der hatte jetzt aber eins dabei ist jetzt nicht so eine scheiß Mine sterben ne dann geht es aber los das ist das ist leider mein Orbital wäre weg aber ich bin schon wieder kurz davor zumindest teilweise komm 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 jetzt aber komm jetzt aber komm ich will nochmal in Orbital bitte das ich will ja ich will ja das ist der so so was haben wir denn hier ein neues Emblem da so hijacked 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 ist scheiße ja komm lass mal hijacked spielen normalerweise bekomme ich da überhaupt nichts denn aber naja so jetzt jetzt nehmen wir mal was anderes mit ähm nehmen wir mal die Hundestaffel mit und ähm was nehmen wir denn noch mit nehmen wir mal die Volt Einheit mit oder na komm nehmen wir mal die Volt Einheit mit und wie toll ich wollte Volt Einheit ja auf jeden Fall so ja komm mach mal jetzt hier cut danke bitte mal anschauen bis zur nächsten Folge tschüss